Grüß euch, ich bin der Domani Hannes aus Bock Kreuzen, bin 20 Jahre alt und mache den Lehrberuf Zäuberer. Ja, der Beruf ist vielfältig, wir machen Dächer, aber auch viel Zäune, Terrassenböden. Mir hat das von Haus aus immer schon gefallen, dass man mit Holz arbeiten darf, weil Holz einfach vielfältig verformbar ist und weil mir der Geruch einfach taugt. Man muss schwindelfrei sein, man muss auf die Dächer umeinanderkriegen können, ohne dass der Schwindel will, dass der Öl hat. Ich baue mein Haus aus dem eigenen Holz und dann weiß ich, dass das von mir ist und von meinem Wald und da weiß ich, was ich herkomme. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.